Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper, Ghost Warrior. Klingt nach dem Plan. Oh, es war ein Pernglas, ok. Da ist einer. Am besten schießt er. Schrei doch noch lauter, what the heck. Gespräch beendet. Also nein, ich sehe einige Ziele vor mir. Hast du bessere Sicht? Ich sehe sie und markiere sie für dich. Schieß nur auf die markierten Ziele. Wiederhole, schieß nur auf die markierten Ziele. Schalten Sie alle Ziele aus den Dächern aus, bevor Sie weitergehen. Du hast grünes Licht. Feuer nach eigenem Ermessen. Wow. Du hast grünes Licht. Das war gute Arbeit. Ok, alles sauber. Rück jetzt vor. Ich wechsle die Position. Verstanden. Bin unterwegs. Das sind Medis. Die typische für einen Schuss nachladen. Die Dächer sehen sauber aus. Sie können weiter. Schlechter Schuss. Vor mir sind einige Ziele. Warte auf Markierung, um zu schießen. Uh, das war gut. Yo. Geht da mal sich hin. Oh. Ey. Feinde gesichtet. Ich markiere sie. Verstanden. Da ist noch einer. Du hast grünes Licht. Eliminierung bestätigt. Du hast grünes Licht. Das war gute Arbeit. Ein weiterer Gegner. Erledige ihn. Gut gemacht. Die Straße ist sauber. Du kannst weiter. Alles klar. Bin unterwegs. Ich bin durch die Stadt durch. Brücke nach Norden in Richtung Overview 524. Gut gemacht. Gehen Sie weiter. Sehr schön. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Und eure Überwachungsdaten zeigen ein Boot mit Ausrüstung, das an dieser Position Halt gemacht hat. Oh. Die Brücke ist kaputt. Durchsuchen Sie es nach Sprengstoff, um damit Ihren Rückzug zu sichern. In Ordnung, Mother Two. Schon unterwegs. Ist noch einer hier da unten? Nein. Da ist auch keiner drin. Also bei vier Schuss kann man hier aber nicht mehr nachladen. Guck mal, Claymore. Schön. Hier ist der richtige Ort für die Claymore. Nur für den Fall, dass sie verfolgt werden. Verwenden Sie das Seil, um auf einen Baum zu kommen. Von dort aus haben Sie bessere Sicht. Verstanden. Bin dran. Ich habe mich mit der Claymore selber getroffen. Ich habe mich mit dem Baum, lege die gewünschen. In meinem Jahr habe ich ihn auch. Ich habe mich mit dem Baum. Ich habe noch eine Erdbezüttungs- die große Herausforderung. Erdbezüttlich. 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 Dein. Erdbezüttlich. Hallo, ich will mich heilen. Bin in Position. Habe das gesamte Dorf im Blick. Du musst mich durch das Gebiet bis zum Kirchturm leiten. Bestätigt. Markiere die Ziele für dich. Da sind zwei Gegner. Oh, da ist ein Gegner. Äh, lassen wir den da weg. Den da weg. Den da weg, 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 den da weg. Du hast grünes Licht. Ziel neutralisiert. Da ist noch einer. An alle Teams, Mission abbrechen. Ich wiederhole, brechen Sie die Mission ab. Unverzügliche Evakuierung. Dass der auch nicht markiert hat. Was war denn da los? Oh, hol dir erstmal zwei Spitzen rein, du Idiot. In Position. Habe das gesamte Dorf im Blick. Du musst mich durch das Gebiet bis zum Kirchturm leiten. Bestätigt. Markiere die Ziele für dich. Du hast grünes Licht. Ziel neutralisiert. Da ist noch einer. Du hast grünes Licht. Ziel neutralisiert. Du hast grünes Licht. Feuer nach eigenem Ermessen. Gute Arbeit. Bleib konzentriert. Du hast grünes Licht. Wow. Du kannst weiter. Aus dem Winkel. Von da nach da. Wie? Schön ruhig und langsam. Das sehe ich hier aber niemanden. Danke Alpha-9. Bin in Position. Erwarte weitere Anweisungen. Shit. Ich habe keine freie Sicht auf die Straße. Mir bleiben nur wenige Minuten, um Salazar zu identifizieren und auszuschalten. Kein Problem, Razor 6-4. Ich markiere ihn für dich. Ziel erreicht sie in etwa 30 Sekunden. Cool. Meterangabe oder ich hoffe, dass das Meter ist. Position einnehmen, Razor 6-4. Ziel nähert sich ihnen. Bereit. Warte auf Anweisungen. Ziel ist in Reichweite. Sie haben grünes Licht. Ziel in Sicht. Wir knipsen ihn aus. Ja, scheint Meter zu sein. Du hast grünes Licht. Salazar wurde eliminiert. Wiederhole. Salazar wurde eliminiert. Wir können von hier verschwinden. Vereilen Sie sich. Aus Nordosten nähern sich mehrere Gegner ihrer Position. Ich leite Sie in sichere Entfernung. In Ordnung. Bin auf dem Weg. Vereilen Sie sich. Nicht anhalten, Alpha-9. Aua. Die Rücken ist zur Brücke schafft. Sie sparen Lens. Nehmen Sie den Weg links der Straße. Über den Hügel. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube, Sie haben sie abgeschüttelt. Gute Arbeit, Alpha-9. Verlassen Sie jetzt das Gebiet. Momentan besteht keine Notwendigkeit, anzugreifen. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Wachen. Kein Problem. Schon unterwegs. Ja. Okay, vielleicht sollten wir hier lang crouchen. Ich glaube, Sie haben sie abgeschüttelt. Wie blöd, dass Sie schon auf mich geschossen haben. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Hallo. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Was ist das? Okay, ich glaube, Sie haben sie abgeschüttelt. Gute Arbeit, Alpha-9. Verlassen Sie jetzt das Gebiet. Momentan besteht keine Notwendigkeit, anzugreifen. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Wachen. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Wachen. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Wachen. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Fluss entlang. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Fluss entlang. Gehen Sie den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Fluss entlang und vermeiden Sie Feuergefechte mit den Fluss entlang. Zeige mir nicht, ich muss aus und... Ah, okay, geht auch hier rum. Blöden Penner. Also das war irgendwie eine Buggystelle. Keine Ahnung. Platzieren Sie die Sprengsätze um die Höhle herum. das wird sie endgültig aufhalten verstanden ich bin schon unterwegs sprengladungen sind angebracht rücke zur ladezone vor wird ja auch zeit alpha nein ich langweil mich hier zu tode bin fast da ist hier irgendwas eine schöne aussicht ziel neutralisiert eliminierung bestätigt sehr schön sehr schön verdammt o'neill warum dauert das so lange tut mir leid ich würde sagen das war's von dieser folge ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ihr alle könnt ihr mir gerne einen daumen da lassen wenn ihr nichts mal verpassen wollt wisst ihr wo der abonnieren button ist kostet ihr immerhin nichts und ich wünsche euch nur einen schönen tag bis zum nächsten mal haut da rein dann dann dann